Vor 20 Jahren verdunkelte der Mond die Sonne. Für viereinhalb Minuten. Dieser kurze Moment sollte ein Leben verändern. Lass mich, du Lohr! Oh mein Gott. Du hast sie getötet. Dies ist keine Gerichtsverhandlung, sondern eine vorläufige Untersuchung, wie sie in diesen Fällen üblich ist. Ich war's nicht. Ich hab dieses alte Miststück genauso wenig ermordet, wie ich Diamanten trage. Wir brauchen ein Haar von Ihnen, Mrs. Clever. Nehmen Sie so viel Sie wollen. An der Misswahl nehme ich in dieser Woche nicht teil. Warum glauben Sie meiner Mutter nicht? Weil sie's schon mal getan hat! Detective McKee ist besessen von der Vorstellung, meine Mutter hätte vor 20 Jahren meinen Vater umgebracht. Sie sind geübt in sowas, nicht wahr, Mrs. Clayborne? In ihrer Gegenwart neigen wohl die Menschen zu üblen Unfällen. Schnell, hier drüben! Die Ehe-Männer sterben jeden Tag. Was hast du gemacht? Sie sterben und hinterlassen ihren Frauen ihr Vermögen. Celina, geh ins Haus, sofort! Ich bin im Haus. Oscar-Preisträgerin Kathy Bates. Jennifer Jason Leigh. Ein Unfall, Dolores, kann für eine unglückliche Frau zum besten Freund werden. Dolores. Dolores.